Ab sofort ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die sanierte Erdgeschoss-Wohnung liegt im Kreis Heilbronn. Die Wohnung befindet sich in einem 4-Etagen-Haus und wurde 2014 saniert. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Erdgeschoss-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 600 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.